Jojo Leute herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online immer noch die Spieleliste und wieder mit dabei ist der Florian. Ach den. Oh ich nehme den T20 man. Also ich führe noch nach dem Stand 3.0 von unserer Rechenart und 45 zu 12 in der Rechenart von GTA. Alter was ist das ey? Alter. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung, da wo der Pfeil ist. Alter. Ja man ich habe den Checkpoint bekommen. Jetzt moll man. Alter. Ey das ist unfair. Alter. Ich auch. Alter das ist so schwer man. Alter shit wieso haben wir den Supersportwagen genommen das bringt es uns hier gar nicht. Alter wegen dir. Ich habe es geschafft. Wegen dir bin ich weggesprungen. Ich habe es geschafft. Du hast mich weggelegt. Du hast mich einfach krass weggelegt. Mein Auto. Mein Auto fängt Flammen. Ja man. Hoffentlich kriege ich es in die Luft. Ja ich habe noch. Alter. Wie weit ich wegfliege. Alter. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Loll. Alter. Alter. Ich bin spawn auf den Ding. Alter wo ist mich reinhaut Junge. Hast du den Spawnpoint bekommen? Oh Mann. Alter das ist so schwer. Alter ich bin nicht mal gefahren. Jetzt kriegst du den Spawnpoint locker. Ich bin einfach rückwärts reingefahren. Wir hätten nur keinen Kontakt machen dürfen. Ähm stimmt. Alter. Ich bin zermimed worden. Oh. Alter. Das wird glaube ich eine Niederlage für mich. Alter nein Mann. Ich bin nicht viel weiter. Ja aber ich habe keine Chance gerade mehr. Ich verkack nur noch. Ich glaube wenn man da durchfährt muss man sofort weiterfahren. Ich bin mir nicht sicher ob man wirklich bremst. Alter ja natürlich. Ich habe nicht mal berührt. Wie weit bist du? Ähm jetzt bin ich auf der Straße. Also ich bin auf dem Festland jetzt. Ja Mann. Ich habe es geschafft. Auf der Straße. Gibt es da Festland? Ja du fährst ein bisschen auf der Straße. Ja gut. Dann habe ich verloren. Mir fehlt noch so viel. Ja komm. Fick dich doch. Aber du musst eh wieder hochfahren. Also du kannst schon noch aufholen. Wenn dann nur weil ich den T20 habe. Ja okay. Ich habe den Usiris. Also. Die machen sich ja nicht viel. Aber ich habe ihn halt voll aufgetunt. Oh Mann. Da ist wieder das Anfang. Der Anfang scheiß. Ja sicherlich. 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 Davon haben wir auch drei Runden. Nein. Als ob wir davon drei Runden haben. Doch Mann. Wir haben glaube ich überall drei Runden. Ja. Ich habe es geschafft. Ich auch. Den ersten schaffe ich so leicht. Nein. Alter. Der zweite wird erst schwer. Der erste. Der ist so einfach. Scheiße. Ja Mann. Man muss halt auch reinfahren können. Ich bin vorbeigefahren. Nein. Ey Mann. Alter. Das zweite ist mal mega schwer. Alter. Ich habe es überlegt. Alter du bist doch ein Wichser. Du bist doch ein Wichser. Ja Mann. Ich habe es. Nein. 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 Ich war oben drauf. Ich hätte es geschafft. Aber ich wäre tot. Ich wäre tot. Und da steht jetzt glaube ich mein Auto. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne. Ich glaube das ist aus. Dass sie nicht da stehen. Oh. Bei mir leckt es gerade. Alter. Wie gestochen. Wie gestochen. Nein. Ach komm. Ich hasse es. Wenn es in die Luft geht. Es braucht immer so ewig. Eben. Alter. Man kann doch nicht mal dieses schneller wiederbeleben klicken. Ja. Ist echt super. Ach komm. Fick dich. Alter. Ich rasch gleich aus. Hey. Wie sollen wir das auch schaffen? Mit der Enko. Ja gut. Wir haben es ja schon mal geschafft. Ja. Ja Mann. Ich habe es auch geschafft. Nein. Nein. Bitte nicht. Ja Mann. Ich auch. Ich auch. Bitte lass mein Auto das überleben. Wie weit bist du? Ich bin schon bei den nächsten. Autsch. Mein Auto brennt so noch. Ich bin schon beim nächsten. Ja. Ach Mann Alter. Ich bin ein weiter global als du. Als du. Hab ich doch gesagt? Sehr gut. Nein. Wollte ich nur loben. Alter. Komm. Verarsch mich nicht. Mich reißt immer das Ding mit. Immer. Als ob das Ding hat mich gar nicht berührt. Alter. Das zweite ist das schwerste. Das ist so schwer. Aber wie gesagt wieder nur Glück gewesen. Bei den Rennen ist es halt wirklich nur Glück. Als ob ich das nicht geschafft habe man. Ich weiß nicht wie es mir die ganze Zeit geht. Ja sicherlich Alter. Wie eben. Alter. Ja okay. Als ob mich das Ding berührt hat. Also ich fahre jetzt wieder hoch. Alter wie schwer. Als ob Mann. Alter wie soll ich das hinbekommen. Ja hier. Ja komm. Angsthaft. Mich hax beim runterfahren. Hax mich. Äh hochfahren. Hax mich reingehauen. Gerade beim einfachsten vom einfachsten. Ja sicherlich Alter. Komm schmeiß mich in 8000 Meter Höhe. Dass ich den Mount Chili da sehen kann. Ja komm sicherlich Alter. Ich komm nicht weiter Mausti man. So ging es mir vorhin auch die ganze Zeit. Als ob. Ich bin jetzt beim ersten wieder. Und beim zweiten hänge ich gleich wahrscheinlich wieder. Das Ding hat mich auch nicht berührt. Nicht mal ansatzweise. Du bist gerade neben mir in die Luft gegangen. Ja sicherlich. Ach komm Mann. Ey Mann um die Kurve kommt man Alter. Ah du bist ja beim Tritt ne. Ja. Nein. Du bist ja schon übel weit oder. Nein echt nicht. Wo bist du. Ich bin da. Ich bin da. Ich hänge da die ganze Zeit. Ach komm Alter. Weißt du. Ich war durch. Und dann hänge ich natürlich eigentlich so ein scheiß Ding. Als ob man. Eigentlich sieht es geil aus mit den Flammen aus dem Arsch. aber. Ja Mann. Ja Mann komm. Dreh dich. Dreh dich Mann. Als ob ich den scheiß Checkpoint nicht bekommen hab. Ha du bist da. Ich hab wieder den Checkpoint nicht bekommen. Alter. Ey wie geht sowas. Alter. Oh. Grüß. Nein. Nein. Guck mal wo ich flieg ey. Alter ich bin gerade extrem weit weg geflogen selber. Ey Mann. Ich hab ihn bekommen. Ich hab den Checkpoint bekommen. Oh mein Gott. Ich glaub ich glaub ich hab ihn. Ja Mann ich hab ihn. Geht doch nicht ey. Ich hab ihn. Ich hab den Checkpoint. Ja toll. Jetzt bleib ich eigentlich so ein Schild hängen oder was. Ja. Ich hab ihn auch. Aber ich war zu inkompetent um geradeaus weiterzufahren. Ja Mann. Ja das ist mir voll nah die ganze Zeit passiert. Jetzt bin ich drüber gesprungen über die Absperrung. Ja. Oh. Das heißt Sieg für mich. Ja komm. Leck mich am Arsch. Soll ich warten und links ziehen fahren oder gleich? Also gleich reinfahren. Ja. Da war das Glück wieder auf meiner Seite. Weil Flo war echt mega weit beim ersten Mal. Zack. Geschafft alter. Das war krass ey. Wenn ich sogar dem scheitert. Ich muss erst mal meinen Pointer rumbekommen. Sollen wir da eigentlich auch wieder nur eine Folge machen? Ja. Okay. Aktien Zuschauer ihr habt es gehört. Ja. Nein. 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 Das sieht man mal wieder. Ich bin erster. Ich bin erster. vier Rennen in Folge erster geworden. Ungeschlagen. Ungeschlagen. Ich freue mich die ganze Zeit, dass ich als Siegergeste eine rauchen darf. Aber ich darf ja nicht. Genau deswegen. Aber ich glaube dein Gesicht müsste ex-voll sein, so oft wie ich gewinne und die. Du. Oh Mann. Oh drei Leute. Es wird wieder eine Folge. In der nächsten Folge seht ihr wie es weitergeht. Oh nein. Und gefällt gut, Mann. Und ciao. Also ciao.